Die zu veräußernde sanierte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Leipzig. 1900 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 118 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 515.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.